Heute geht es unter anderem um einen Geschwindigkeitsrekord am Hohendorfer Berg, es geht um einen Brauch am 11.11. und es geht um die besten Lehrlinge. Hier ist das Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 10. September 2020 herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Eigentlich wäre am vergangenen Samstag die Ausbildungsmesse gewesen, aber wie fast alles ist auch diese wichtige Veranstaltung für Jugendliche dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Umso mehr freut es uns, Ihnen auch gute Nachrichten zum Thema Berufsausbildung überbringen zu können. Nicole Fugmann-Müller und Fabienne Kröhr waren bei der Ehrung der besten Lehrlinge gestern im Federnberg-Marienberg, also bei Scherdl, mit dabei. Zwei von Sachsens besten Auszubildenden kommen in diesem Jahr aus einem Marienberger Unternehmen. Am Montag wurden die Kauffrau für Büromanagement Elisabeth Buschbeck und Werkzeugmechaniker Simon Schäffler in ihrem Betrieb, der Scherdl-Marienberg GmbH, geehrt. Vorgenommen wurde die Auszeichnung durch Matthias Matz vom Unternehmerverband Sachsenmetall. Erstmal bin ich sehr froh, dass wir das, was wir eigentlich jedes Jahr sonst machen, auch die besten Ausbildungsbetriebe und die besten Azubis zu prämieren, dass wir das heute hier auch im Marienberg machen können. Wir haben uns natürlich den Gegebenheiten angepasst. Normalerweise ist das eine zentrale Preisverleihung. Das geht in diesen Zeiten nicht, aber umso mehr freuen wir uns, dass wir das vor Ort in den Unternehmen tun können, weil ja auch das eine Wertschätzung gegenüber den Azubis ist, und die ja hier auch, wenn das neue Ausbildungsjahr schon wieder losgegangen ist, ja nichtsdestotrotz diese Leistung erbracht haben. Und die beiden heute auch prämierten, gehören mit zu den Besten in Sachsen. Und da freuen wir uns umso mehr, dass wir das auch heute hier auch endlich vornehmen können. Auch Ihnen, Herr Schäffler, alles Gute. Weiterhin viel Erfolg, viel Freude bei der Arbeit. Auch Ihnen eine Urkunde, Sie gehören mit zu den Besten in Sachsen. Und das ist für uns preiswürdig. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute Ihnen, ja. Ich schließe mich an. Dankeschön für die Leistungen. Auch da in die Zukunft hinein auf die Straße bringen und das Niveau halten. Vielen Dank. Weiterhin hier auch im Unternehmen. Viel Freude bei der Arbeit. Wir freuen uns aber wirklich, Sie gehören mit zu den Besten in Sachsen. Da darf ich Ihnen erstmal jetzt die Urkunde überreichen dazu. Danke. Und herrlich hat eine tolle Leistung. Und danke dafür. Und in Zukunft wünschen wir uns, dass wir diese Leistung auf die Straße gehen. Was hat Sie motiviert, sich so anzustrengen in Ihrer Ausbildung, dass Sie letztendlich für diesen Preis nominiert wurden, beziehungsweise diesen Preis erhalten haben? Ich glaube einfach meine Familie. Also ich habe jetzt inzwischen schon zwei Kinder. Und ja, für die möchte man halt gerne später mal gutes Vorbild sein. Ja, ich muss sagen, also ich war in der Schule immer relativ gut. Und also gerade Berufsschule ist mir relativ leicht gefallen und die Arbeit hat halt Spaß gemacht. Also warum sich nicht anstrengen? Das würde ich sagen, ist der Hauptgrund. Welchen Stellenwert hat die Ausbildung für Ihr Unternehmen? Wir haben seit Jahren im Unternehmen die Berufsausbildung neu aufgestellt schon. Sind unterwegs im Ausbildungszentrum, sowohl in der Berufsausbildung von Schülerinnen und Schülern, die bei uns anfangen. Versuchen, das Berufsbild frühzeitig zu vermitteln und die Leute so zu integrieren, dass sie später gut vorbereitet, eigener Nachwuchs in die Breite wirken. Und dazu sind jedes Jahr auch Investitionen notwendig. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ausbildung ist für uns was ganz Wichtiges und das werden wir weiter ausbauen. Inwieweit hat Ihr Unternehmen Sie bei der Ausbildung unterstützt, dass Sie das alles so gut erreichen konnten? Also ich hatte immer Unterstützung, ganz besonders durch die Lehrmeister. Und ja, es gab beispielsweise direkt vor der Prüfung einen Tag, der eigentlich nur fürs Lernen vorgesehen war. Also die standen da immer hinter uns. Wenn wir jetzt gesagt hätten, wir bräuchten jetzt noch was, ein bisschen freie Zeit zum Lernen, dann hätten wir auch im Unternehmen da immer mal ein paar Minuten freischaufeln können. Ja, also die haben mich definitiv unterstützt. Gerade das erste Lehrjahr ist ja meistens quasi wie so ein Grundkurs. Da lernt man halt quasi alle wichtigen Sachen. Und die haben die auch immer, wenn ich sage, gut verständlich rübergebracht, sich immer Zeit genommen für alles. Dann auch gerade, wenn es Richtung Prüfung ging, haben sie auch definitiv geholfen. Also quasi wir haben immer hier Prüfungsvorbereitungen, jeweils immer zwei Wochen vor der Prüfung. Und ja, da haben sie definitiv immer geholfen, haben uns halt auch bei Fragen geholfen und alles Mögliche. Also war schon gut. Also die Ausbildung hat eine sehr große Bedeutung für uns. Da wollen wir ja unsere Nachwuchskräfte gewinnen. Wir nehmen pro Jahr 15 Azubis in elf unterschiedlichen Ausbildungsberufen. Ein Großteil dieser Ausbildungsberufe ist hier im Ausbildungszentrum das erste Lehrjahr, wo wir eben bei Metallbearbeitung zum Beispiel mit Sägen, Feilen, Bohren, Gewindeschneiden anfangen, Maschinenbearbeitung, alles was elektrische Berufe sind, also Bechatroniker, Elektroniker, müssen nach Grundlagen Elektrotechnik erlernen und viele Schaltungen aufbauen und trainieren. Und ab dem zweiten Lehrjahr durchlaufen die das Werk, haben immer einen festen Ansprechpartner, also können permanent bei uns vorbeikommen, beziehungsweise besuchen wir auch unsere Azubis in den einzelnen Bereichen, machen Auswertungsgespräche und so weiter. Und so hat jeder Beruf seinen Kernbereich. Der Werkzeugmechaniker geht zum Beispiel in den Werkzeugbau, der Mechatroniker in den Maschinenbau, in die Instandhaltung. Und so versuchen wir dann auch herauszufinden, wer ist für was geeignet und kann hinterher auch entsprechend nach der Ausbildung eingesetzt werden. Wir versuchen natürlich unseren Auszubildenden ein Gesamtbild zu vermitteln, haben einen Durchlauf im Haus, wo wir die unterschiedlichsten Einsatzgebiete den Auszubildenden vorführen, ein Erleben organisieren und durch Unterstützung, letztlich auch personelle Unterstützung, unsere Lehrmeister gehen dann schon auf die Belange der Einzelpersonen ein, wollen wir die Leute abholen und so auf die Spur bringen, um es mal so zu sagen, dass sie im Arbeitsumfeld ihres zukünftigen Alltags schon alles mit vermittelt bekommen. Und dazu gehört auch ein Stück weit der Umgang, der Umgang mit Qualitätsvorgaben. Und wenn es da Not tut, dass man hier und da eben auch mal für die Einzelpersonen nachschärft, dann tun wir das. Das in einen Standort zu kippen, ist uns nicht möglich. Wir haben immer noch mit Menschen zu tun und arbeiten mit den Menschen, sodass etwas herauskommt, was der Firma nutzt und dem Einzelnen auch. Welche Bedeutung hat es für Sie, dass gerade Ihre Azubis für diesen Preis jetzt nominiert wurden beziehungsweise ausgezeichnet worden sind? Das hat natürlich eine sehr große Bedeutung. Sachsen weiter besser zu sein, ist zum einen für den Azubi richtig gut. Auch für uns ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, denke ich. Wobei es liegt immer an jedem Azubi auch selbst, solche Ziele zu erreichen. Wir können dort nur helfen und mitwirken. Nach einer erfolgreichen Ausbildung geht es nun für die jungen Fachkräfte im Unternehmen weiter. Also zumindest vorerst ist das mal geplant quasi, dass ich weiter halt im Betrieb arbeite, also erstmal in der Produktion mit. Und was danach kommt, bin ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht zu sich, aber Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es hier definitiv genug. Also es wäre definitiv was offen. Für Elisabeth Buschbeck geht es dagegen zunächst in die Elternzeit. Morgen ist es dann soweit. Morgen ist der 11.11. und damit geht es rein in die fünfte Jahreszeit. Und es gibt die Martinsgans. Wir hatten ja Ihnen in der vergangenen Woche ein tolles Rezept aus Sebastian Eberleins Erzgebirgsküche gezeigt. Ja, darüber hinaus gibt es noch einen Brauch am 11.11., an dem gerne festgehalten wird. Fabienne Kröher weiß, welcher das ist. Morgen ist es wieder soweit. Es ist Martinstag. Das jedes Jahr am 11.11. stattfindende Fest ist uns vor allem für seine Laternenumzüge mit Gesängen und die Martinsgänse bekannt. Doch was genau hat es mit diesen Bräuchen auf sich? Bereits letzte Woche haben wir von der Entstehung des Martinsgansbrauches berichtet. Heute soll es um die wohl bekannteste Martinstagtradition gehen, dem deutschlandweit verbreiteten Laternenumzug. Dieser beruht auf unterschiedlichen Überlieferungen. So ist eine davon, dass der Leichnam des heiligen Martins in einer großen Lichterprozession nach Tors überführt worden sein soll. Als Erinnerung daran wurden später am Gedenktag Lichter und Laternen angezündet. Eine weitere Erklärung für diesen Brauch bezieht sich auf das Evangelium vom Licht unter dem Scheffel, welches besagt, dass der Glaube nicht versteckt, sondern wie ein helles Licht in die Welt getragen werden soll. Die Laternenumzüge fanden ursprünglich mit Fackeln statt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden stattdessen aus Kürbissen und Rüben geschnitzte Laternen verwendet. Bis später die uns heute bekannten Papierlampions benutzt wurden. Während des gesamten Laternenumzugs werden sogenannte Martinslieder wie beispielsweise Ich gehe mit meiner Laterne gesungen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation sind diese Umzüge im großen Ausmaß zwar nicht möglich, dies soll jedoch nicht heißen, dass man nicht auch trotzdem Lampions basteln, im kleinen Kreis mit seiner Familie spazieren gehen und dabei Lieder singen kann. Wir freuen uns über Fotos und Videos von euren Laternen. Also liebe Zuschauer, nochmal der Aufruf, wenn Sie Laternen gebastelt haben oder Sie mit Laternen unterwegs sind, dann einfach ein Foto machen und an uns senden. Und das ist denkbar einfach. Entweder gleich per WhatsApp oder per Mail. Den Kontakt sehen Sie hier eingeblendet. Ja, im Serviceblock erwartet Sie nun unter anderem das Regionalwetter. Es gibt eine Waldweg-Sperrung und einen Blick in die Polizeimeldungen werfen wir ebenfalls. Aber als erstes kommen unsere Experten in Sachen Verbraucherschutz, um Sie auf Produkte aufmerksam zu machen, von denen Sie besser die Finger lassen sollten. Die Krell Naturkost GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Basmati Reis Braun. Grund für den Rückruf? Wie das Unternehmen mitteilt, sind Produkte aus drei Chargen mit Aflatoxinen, Schimmelpilzen belastet. Kunden sollen betroffene Ware nicht verzehren. Zu den Produktdetails. Betroffen ist der Artikel Basmati Reis Braun mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.11.2021 und den Lotnummer 90 15 84, 90 16 65 und 90 17 22. Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet. Wie aus der Touristinfo und Seifen zu erfahren war, wird der Sachsenweg von Hirschberg bis zum Dreierweg voraussichtlich bis Jahresende wegen Holzeinschlags voll gesperrt. Ja, verkehrsmäßig lief es für einige Fahrzeugführer am vergangenen Sonntag alles andere als gut. Hier sind die Polizeimeldungen. Großröckerswalde. Unbekannte machten Flugplatz unbrauchbar Zeugengesuch. Unbekannte fuhren zwischen dem 31. Oktober 17 Uhr bis 1. November 10.15 Uhr mit einem Fahrzeug auf das abgesperrte Flugplatzgelände im Kernerweg und hinterließen durch wildes Umherfahren erheblichen Schaden. Aufgrund der bis zu 15 cm tiefen Furchen im Bereich der Start- und Landebahn war der Flugbetrieb kurzzeitig aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Weiterhin wurden eine Flugfeldbegrenzungsmarkierung beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnschiffs- und Luftverkehr indes aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat in dem Zusammenhang Beobachtungen gemacht und kann möglicherweise Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Flugplatzes befanden und mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Marienberg unter 03735 6060 entgegen. Großolpersdorf, Ortsteil Hohndorf. Nicht nur Temposünder bei gemeinsamer Kontrolle erwischt. Gemeinsam mit einem Geschwindigkeitsmessteam des Landratsamtes Erzgebirgskreis führten am Sonntag, 8. November, sechs Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz eine Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrolle auf der B174 durch. Dabei überschritten insgesamt zwölf Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit am Hohndorfer Berg von 70 Stundenkilometer. Zwei Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeld rechnen. So auch der Spitzenreiter an diesem Tag. Ein PKW Mercedes, der die Messstelle mit 113 kmh durchfuhr. Neben den Temposündern waren sieben Fahrzeugführer bzw. Fahrzeugführerinnen ohne angelegten Sicherheitsgurt durch die Verkehrspolizisten festgestellt worden. Auch für einen Gratfahrer endete der Sonntagsausflug anders als gedacht. Ein manipulierter Brems- und Kupplungshebel sowie ein nicht zugelassener Bremsflüssigkeitsbehälter führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Er durfte nicht weiterfahren. Ein zweites Grad fiel durch seine starke Geräuschkulisse auf. Grund war ein nicht zugelassener Endschalldämpfer, der noch vor Ort abmontiert und eingezogen wurde. Auch dieses Motorrad musste stehen bleiben. Mit 75 Euro Bußgeld und einem Punkt im Vereignungsregister muss sich nun eine Autofahrerin abfinden. Während der Kontrolle sprach plötzlich ihre eingeschaltete Blitz-App und weckte die Aufmerksamkeit des Beamten. Ein Mitsubishi-Fahrer war ohne gültigen Führerschein unterwegs. Gegen den 29-Jährigen wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Gestern Abend gab es noch mal eine großartige Chance, tolle Aufnahmen vom Sonnenuntergang zu machen. Ich möchte Ihnen diese Aufnahmen hier mal zeigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie haben es gesehen, während die Sonne bei uns in den schönsten Orangetönen untergeht, regierte in Tschechien der böhmische Nebel mit all seinen Aus- und Nebenwirkungen. Und davon konnten die Bewohner rund um Seifen wieder ein Lied singen. Es lag wieder was in der Luft. Kopfschmerzen und Übelkeit waren und sind da Begleiterscheinungen. Besser wird es dann erst, wenn der Wind etwas dreht. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet wolkig oder sogar schon bedeckt. Und damit ist nicht viel von der abnehmenden Sichel des Mondes und den Sternen zu sehen. Trotz des Wolkenaufgebotes wird es trocken bleiben. Das Regenrisiko trägt die Null. Und Sie sollten besser eine Mütze und eine Jacke tragen, wenn Sie dann noch mal raus müssen oder wollen, denn es wird wieder recht kalt. In Obernhau-Grüntal an der Saigerhütte gibt es zwischen 0 und 2 Grad. In Marienberg am Goldkindstein übernachtet das Quecksilber bei Frostig minus 1 bis plus 1 Grad. Und in Schubau an den Anlagen werden Werte von 0 bis plus 3 Grad erwartet. Der Wind weht dann schwach mit um die 6 km pro Stunde aus Süden. Morgen am Mittwoch geht es schon bedeckt los. Im Tagesverlauf zeigt sich immer wieder mal kurz die Sonne. Aber das reicht am Ende des Tages nicht mal für eine ganze Arbeitsstunde. Bedeckt geht es dann auch in die Nacht hinein. Auch wenn morgen so viele Wolken rumgeistern, wird es trotzdem trocken bleiben. Das Niederschlagsrisiko liegt um die 30%. Die Temperaturen, liebe Zuschauer, die kommen morgen gar nicht zurecht aus dem Quark. In Deutsch-Neudorf oben an der Grenze zu Böhmen werden schmale 2 bis 5 Grad erwartet. In Pupersau am Katzenstein schleppt sich das Quecksilber auf gerade mal so 3 bis 7 Grad. Und selbst in Amtsberg, dem Tor zum Erzgebirge, bleibt es mit 3 bis 9 Grad einstellig. Der Wind weht schwach mit um die 6 km pro Stunde aus südlicher Richtung. Und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was da noch kommt. Nämlich der Donnerstag. Und da mischt die Sonne dann schon wieder stärker mit. Der Himmel ist leicht bewölkt bis wolkig und das ohne Niederschlag. Mit 3 bis 10 Grad werden die bisherigen Wochenhöchstwerte erreicht. Der Wind weht leicht aus Süden. Der Freitag setzt dann in puncto Temperaturen noch eins drauf. Auch wenn der Himmel sich bedeckt hält und die Sonne keinerlei Anteile am Wetter geschehen hat, ist es mit 6 bis 12 Grad schon wieder etwas wärmer. Der Wind weht dabei schwach aus Südosten. Ob das dann der Beginn eines temperaturmäßigen Aufwärtstrendes ist, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle. Das war es nämlich erst mal hier aus dem Regionalwetterstudio. Das war es dann auch vom Dienstags-Megional. Und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Mittwoch für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze noch mal zum Anschauen gibt es noch im Internet unter www.mef-lein.de und www.glückauf.tv Damit wünsche ich Ihnen noch einen behaglichen Abend und eine grusame Nacht bis morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020